Hey Leute, wie geht's euch? Ich hab tolle Neuigkeiten vor euch und zwar, morgen ist ja Halloween, das ist ja genau mein Ding. Und was macht man an Halloween? Einmal tritt natürlich gegen Monster an. Und zwar nicht gegen diese Monster, sondern gegen diese. Ich werde morgen am 31., also an Halloween, den kompletten Tag, sobald es verfügbar ist, Evolve streamen, die große Alpha, die angekündigt wurde und jetzt auch in die staatliche geht, ist heute schon für die Xbox One verfügbar, für die, die glücklichen waren, um den Key zu ergattern. Ich war einer der glücklichen, hab für den PC einen bekommen und werde ab morgen, ab dem 31., wenn es für PC auch verfügbar ist, die große Alpha von Evolve, dem Upcoming AAA-Titel, wo ich auch wirklich super gespannt drauf bin, wie das Koop-Game wird. Und ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr vorbeischaut. Ich werde noch ein Ankündigungsvideo bringen, wann das Ganze starten wird, aber macht euch schon mal bereit, für diejenigen, die da draußen vielleicht keinen Key-Up bekommen haben oder einfach entsprechende Systemanforderungen nicht erfüllen, schaut bei mir im Livestream rein. www.hitbox.tv-lost-aiming exklusiv auf Hitbox Evolve Alpha bis spät in die Nacht. Wir zocken bis zum Umfahren. In diesem Sinne, behalten euer Ziel immer am Auge, euer Lost.